Die European Outdoor Film Tour. Die besten Outdoor Filme des Jahres. Das wird doch eine richtige Nummer. Nein, wird es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe keine Verzweifung. Ich mache das nicht, weil ich habe Kontrakts und so. Das ist nicht so, dass ich eine Verzweifung. Oh Mann! Ich habe die Kosten in der Ende. Das wird ein Juwel, das sag ich euch. Das wird eine richtig geile Tour. Absolut. Die Europäische Outdoor Filmtour. Jetzt auf Tour. Die Europäische Outdoor Filmtour. Das wird sichergestellt worden, das ist eine richtig geile. Die Europäische Outdoor Filmtour. Die Europäische Outdoor Filmtour. Das ist die Stadt der Welt.